Diese im Jahr 2018 in den exklusiven Sonnvita Hills über den Dächern von Palmey erbaute Villa hat sechs Schlafzimmer und sechs Badezimmer auf einer Gesamtfläche von ca. 1646 Quadratmetern. Die Küche kommt zusätzlich zur separaten Arbeitsküche und führt zum teilweise überdachten Außenbereich mit Barbecue-Küche. Untertitelung des ZDF, 2020 Der große Spa-Bereich kommt mit Jacuzzi, Umkleideraum, Dampfbad, Bettbar, und einer eigenen Sammlung. Das exklusive Heimkino mit seinen verstellbaren Ledersitzen lädt zu gemütlichen Kinoabenden ein. In der gekühlten Bodega wird der Wein immer auf bester Temperatur gelagert. Wir haben die Schmerzicht. Juana glücklich. Wir haben die Schmerzicht. Das ist die Schmerzicht. Wir haben die Schmerzicht und die Schmerzicht.